Ah, da liegt ne SKS. Die SKS finde ich zum Start eigentlich auch. Schon ziemlich entspannt. Die KS-Face. Die KS-Face. Die KS-Face. Die KS-Face. Die KS-Face. Und jetzt geht's mit einem KS-Face. SKS Beste Waffe, Leute Nehme ich mir später die K Der hat auch nur ne K Oh, hier ist ja ein First Aid Okay Wusste ich gar nicht, dass ich eins hab Du schon wieder Kann ich jetzt mal Mich hier fertig heilen und dann los machen Danke Über mir Zwei Leute Oh Heilige Scheiße Alle tot Oh, K jemanden ausgenockt Okay Ach komm Werde jetzt laufen Oh, da hat jemand sogar ne Winnie Oh, hat ihn ausgenockt mit der K Der müssen jetzt eigentlich zwei Zwei down sein, oder? Oh 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 Der ist mega offen rumgelaufen. Vielleicht haben die zusammen gehört. Die müssten auch alle ohne Deckung da ran gelaufen sein. Das ist noch eine Zone drin. Der Hügel wo ich hin will. Ah ja ist noch drin. Okay. Oh. Oh. Wuhu. Yeah. Oh. Autsch. 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 Arschloch. Oh. Wollte ich nicht sagen. Ups. Hat einfach meinen Reifen platt gemacht. Was ein ungezogener Mensch. Eigentlich ist die M249 doch nicht so schlecht. Muss ich sagen. Die war doch ganz geil gerade. Hat Spaß gemacht. Ah da unten. Ich habe ihn gesehen. Aber ich will ihn eigentlich erstmal finishen. wenn ich ganz ehrlich bin. Könnte sein, dass er zu seinem Mate runter geht. ist nicht weit genug gewesen. Hm. Lässt er seinen Meter echt verrecken? Ja. Lässt er. Okay. Hm. Gut. So können wir das natürlich auch erledigen. Das war irgendwie nicht so geil jetzt gerade. Aber krass. Also ich sollte die M249 nicht auf Distanz nehmen. Definitiv nicht. Oh. Ich muss aufpassen von der Ecke her. Puh. Puh. Nee. Bis jetzt schon eine echt geile Runde. Muss ich sagen. Gefällt mir. Die sollte ich nach Hause fahren. Irgendwo hier habe ich doch gerade auch noch Schüsse gehört. Oder? Die ganze Zeit. Ich kann mich aber nicht wirklich drauf konzentrieren. Ah. Also ich habe auf jeden Fall meine Ecke noch mit drin. Das ist mal jetzt am besten ein bisschen safer spielen würde ich sagen. Es sind noch neun Leute hier. Boah. Ich will jetzt auch keinen mehr hinter mir haben. Nee. Will ich einfach nicht. Deswegen gucke ich jetzt gerade hier so ein bisschen genauer. 20 Sekunden. Okay. Aber die müssten ja dann auch irgendwann langsamer loslaufen, oder? Ich glaube hier ist keiner mehr an meiner Ecke. Es sei denn, die sind in dieser Hütte. Okay. Linke Seite. Ich muss eigentlich noch ein bisschen weiter vor, dass ich bessere Deckung habe. Ah. Da hinten nicht sehen laufen. Ah. Ah. Ich hätte später schießen sollen. Ärgerlich. Okay, dann scheinen es nur noch die Teams da hinten zu sein. Ja, ich sehe die noch am Job. Dann kümmere ich mich mal hier um die am Baum. Die müssen sich dann killen, oder so. Mal schauen. Mein Problem ist... Warte mal, wo ist denn der zweite hin? Vielleicht sind die schon vorher losgerannt? Hm. Da hinten. Wie die alle auch eine K haben, ne? Wusste ich's doch, dass hier noch einer kommt. Ich hab's mir doch fast gedacht. Das ist jetzt natürlich nicht so geil. Hä? What the fuck? Jetzt kommen die Zonen auch noch. Shit. Wo ist der denn, der Boy? Ah, ich seh' sie schon. Ich seh' sie schon. Ich seh' sie schon. Ich seh' sie schon. War der Ast leider im Weg. Ich muss auf seinen Mate aufpassen. Come on. Wo bist du? Oh mein Gott. Oh mein Gott.